Ja, was brauchen wir denn für unsere schönen neuen Sachen? Aber das ist zerlegen. 100 Kupfer, 50 verdichtete Kohlenstoff. Das heißt, kann ich sowas überhaupt einfach bauen? Ja, okay, okay. So, wir wollten hier heransetzen. Ne, wollten wir gar nicht. Ah, huah, ich hab's verkackt. Ich hab's aber jetzt einfach zerlegt. Ich troddel. Nein, egal. Das ist ja schnell wieder zusammengesucht. Ähm, schnell. Ach wohl, warte mal. Den könnte man so hinbauen, dass wir... Doch, das wäre gar nicht so unverkehrt gewesen. Unbedingt. Weil... der mit dem anderen nichts zu tun hat eigentlich. Und ich dann noch welche herantackern könnte, wegen Verstärken. Was ich aber erstmal gar nicht mache wahrscheinlich, oder? Lieber das als die Raketen, glaube ich. Wir packen das da jetzt einfach hin. Zack! Die Technologie installiert. Installiert! So. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so brauchen dafür. Bei den, äh, Mikroprozessoren wieder 5. Mikroprozessoren. Fuck. Fuck. Vielen Dank. Vielen Dank. So einfach geht das. Den Vorteilempfänger, den machen wir hier. Wofür ist er eigentlich? Äh, was? Transport von Materie und Daten zu ermöglichen? Okay. Das ist nice. Äh, wir wollen jetzt aber hier mal eben den Wirtschaftsscanner installieren. Und hier brauchen wir, das hat Kampfläufer, das, das habe ich noch nie, das habe ich noch nirgendwo gesehen. So, wir haben hier noch was im Anzug zu facken, basteln. Und zwar ist das nämlich hier der Antrieb gewesen. Das ist jetzt so eine Sache. Muss das an den Schildgitter, muss das an den Gefahrenschutz mit ran? Ja. Der hält dann auf jeden Fall länger. Also, könnte man, weil das doof angeordnet ist für den Start, finde ich, glaube ich. Obwohl, das könnte man da, ich kann aber an den Jetpad nix packen, das ist das Problem. Das heißt, ich müsste den Gefahrenschutz, Gefahrenschutz verbasteln, da, auseinanderbasteln. Ja, 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 machen wir so. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen sollte. Geht schon mal gar nicht. Ich kann nur die Jetpad verpasteln, oder was? Super. Habt ihr euch das denn vorgestellt? Wollen wir mal hier so gucken, ne? Ich muss die doch aneinander backen, oder hab ich das jetzt falsch verstanden? Das wär mega scheiße. Umschieß Metall. Was ist denn der Kohlenstoff? Oh, halt mal. Natriumdiode. Und was brauchen wir hier noch? Das hatte ich nicht, ne? Das hatten wir gemacht, das haben wir nicht. Multiwerkzeug haben wir noch ein paar Sachen. Fingen wir gleich auch noch hin? So, das Schild braucht diesen Ionen-Akku. Da brauchen wir noch einen von, denn theoretisch, oder was? Oh, Leute, da brauchen wir noch zwei von. Kann ich aber herstellen, oder? Oh, jetzt müssen wir hin und her. Hm. Hm. Ja. Oh, wieder Kobold und Fische. Ja, okay, aber die können wir ja wenigstens machen. Technologie-Modul. Ah, hua. Guck nicht so, ja, ich bin schon wieder hier dran. Verhoffen. Alles klar, mehr können wir nicht machen. So, ab dafür. Erstmal jetzt zu der Anomalie. Ne, da können wir jetzt wieder hin. Und, äh, dann gehen wir mal eben schnell auf den Planeten rauf. Und gucken, dass wir ein paar Sachen zusammen farmen. Damit wir unsere neu erworbenen Sachen noch upgraden können eben. Äh, Anomalie. Ups, angeeckt. Äh, Kollege, ich glaube, ich habe da meinen Briefkasten angehauen. Und wenn die Sterne sind aber nicht viel mehr, zeigt mir die Galaxie, wie wir Daten übertragen. Daten übertragen? Daten übertragen. Welches Daten übertragen nehmen wir? Das mittlere. Das ist die Sterne, mein Freund. Drei Daten verschwinden. Plasma-Werfer. Oh, lol. Wirkungsvolle Projektilwaffe. Abgefeuert. Abgefeuerte Plasma-Geschosse. Prallende Oberflächen ab. Bis ihr interne. Eine große Explosion ausleset. Oh, ha. 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 Hm, 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 hm. Hm. Dann, ja. Gut. Nein, die verbessert. Nein, die verbessert. Scheiß, die Wand an. Richtige Missionen ausgewählt. Hier kehre zur Weltraum-Anomite zurück. Gespräch mit. Ja, das hatte ich. Ja, das hatte ich doch gerade gemacht. Fuck das gerade? Okay. Ja, was nehmen wir jetzt? Leute, was brauchen wir denn jetzt nehmen? Letztes Mal... Was bringt uns jetzt mehr? Ich habe schon den erweiterten... Für die Multi-Werkzeuge hätte ich schon. Beim Raumschiff ist so eine Sache. Beim Raumschiff, da glaube ich, könnte man noch mehr machen. Ich sage Raumschiff, okay? Wir machen Raumschiff erst. Raumschiff. Geil. Das ist schon mal gut. Nice. Jetzt könnten wir gleich nochmal so ein Ding kaufen. Ha, ha, ha. Nee, wir müssen jetzt erst mal wieder Geld machen. Und ein paar Module auffüllen. Alter, willst du mich rollen? Hast du mir immer so viel zu sagen hier? Was ist denn los mit dir? Neues Rezept gelernt. What the fuck? Atlas Pass V1. Oh, geil. Ein Sicherheits- und Genehmigungspass. Bestimmte Reisen... Ja, nice. Dem ist noch so viel zu verbauen. Zugangskarte. Wie ist das denn? Kann man sich die... Ach, dann wird die verbraucht, oder was? Dann können wir uns ja gleich mehrere von bauen. Bestimmte Türen sind nämlich verschlossen. Da brauchen wir nämlich genau diese Karte zu. Cool. Das wusste ich nämlich noch nicht, wo es das gibt. So, ich glaube, weiter war ich jetzt auch noch gar nicht. Also in dem Spielstand, was wir jetzt letztens im Stream gemacht haben. Jetzt ist für mich mehr oder weniger alles Neuland. Die ganzen Sachen... ...hatt ich auch vorher noch nicht so. Eigene Markierung. Aber die sind bei den Markierungen gewesen. Erste abgestützte Frachter. Ja, pff. Wollen wir da hin? Komm. 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 Ach du Scheiße. Hier sind wir. Ist da oben wieder was? Wir können mal gerne da rein. Aber anscheinend können wir da nicht rein. Ich bin zu fett für. Komisch, nicht? Ach, das ist... Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Da ist es. Das ist nicht ein bisschen besser. Ich bin sehr klopft. Hier sind wir. Ich bin sehr klopft. Da haben wir uns wieder. Und ich muss ganz sicher, wenn wir uns hier nochmals in die Handlung sehen, Jop. Kippen, Kippen, Kippen! Hey, hier war doch irgendwo ein Loch. Hier war doch irgendwo ein Loch. Egal, wir müssen jetzt erstmal Upgrades machen. Mach mal das Schild jetzt. Die Wasserstoffgel. Okay, das brauchen wir jetzt als erstes. Oh, da ist es. Die Wasserstoffgel. Was ist das? 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 Das war's für heute. bringt mir so einen pulsserver bringt mir nichts oder was schießen ja so irgendwie ja 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 ich brauche den scheiß Blitzwerfer doch Produkt hergesteckt Produkt hergesteckt Hmm Hmm... Unbekanntes Grab? Unbekanntes Grab? Unbekanntes Grab?